Bei mir ist Sonja Mäder, sie ist Abteilungsleiterin Therapieplanung von der Reha Duslang. Frau Mäder, Sie sind Referentin bei uns am ST Reha Anwenderforum im November. In Ihrem Referat sprechen Sie über Kernvorteile von Echtzeit-Controlling und Steuerungsmöglichkeiten. Können Sie uns einen ersten Eindruck geben, was das heisst? Ja, gerne. Wir arbeiten seit Oktober letzten Jahres mit dem Planungsprogramm Reha TIS. Das Reha TIS ermöglicht uns eine ausgezeichnete Kontrollfunktion über die Therapieminuten, über die Differenzierung. Das Echtzeit-Controlling ist direkt aktiv bei Anmeldungen von einem neuen Patient. Jeder Patientenfall ist automatisch über das Controlling-Tool angehängt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten wie ein Kuchendiagramm. Über das Kuchendiagramm sieht man direkt, wie ist der Stand der Minuten, was ist verordnet, wie viele Minuten sind verordnet, was kann man alles planen und was muss man alles planen. Die Angaben sind über die Differenzierung, über die Indikationen, wie viele Minuten braucht es, um die nächste Leistungsstufe zu erreichen. Und verschiedene Abfragen sind jederzeit möglich, egal ob es Patienten betrifft oder Personal. Also das ist ein erprobtes Tool, mit dem Sie jetzt schon arbeiten, das Sie uns vorstellen werden? Die Reha TIS ist das Planungstool. Das Planungstool, da wird bei uns im Haus alles geplant, was beim Patienten auf den Plan kommt. Es gibt auch Termine, die gebucht werden müssen für die Controlling-Funktion, die natürlich vom Wording her jetzt nicht auf dem Plan erscheinen, wie ein Rapport, eine IDR, eine Besprechung über den Patienten, aber nicht mit dem Patienten. Und das wird da alles geplant, ist ersichtlich, ist die Kontrollfunktion da, die Abfragemöglichkeit ist da. Also ist was verordnet, aber nicht gebucht, gibt es ein Defizit und da hilft uns Reha TIS ungemein. Sehr schön, wir freuen uns darauf, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Tag. Heute scheint die Sonne nicht, aber haben Sie Sonne im Herzen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, super, danke schön.